Hey Leute, ich bin's mal wieder und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr kostenlose Apps ohne Jailbreak auf euer iPhone bekommt. Wir beginnen nun damit, dass wir den Safari Browser öffnen und die Adresse freeappslots.com eingeben. Und ihr werdet beim ersten Besuch auf dieser Website aufgefordert, ein Zertifikat zu installieren. Dies geht ganz einfach und weil ich das Zertifikat schon installiert habe, erscheint bei mir diese Meldung natürlich nicht mehr. Dann gehen wir auf Start Spinning Now. Und das Prinzip von Freeappslots ist, ihr erspielt euch Coins bzw. Credits, indem ihr an einem Spielautomaten dreht, also wie im Casino. Und ich habe zum Beispiel schon 7670 Credits gesammelt und ihr habt beim ersten Mal 10 Spins frei, also 10 Spiele. Und ansonsten nach diesen 10 Spielen erhaltet ihr jeden Tag 2 Spins umsonst. Und dann gehen wir hier auf Spins, dann wird das Ganze jetzt gedreht und dann sehen wir je nachdem, wie viele Punkte ich erspielt habe. Das sind nun 75 Punkte, 1 Spin Left, 1 Spin Left und dann drehe ich das Ganze noch einmal. So, und das sind nun 690. Das Prinzip mit der Punktevergabe habe ich noch nicht durchschaut. So, jetzt habe ich hier oben 8.435 Spins. Um diese einzulösen, gehen wir auf Cash Out. Dann haben wir hier eine Auswahl an Apps. Ihr bekommt zum Beispiel Bad Piggies für 12.000 Coins oder eine 2 Dollar Amazon Gift Card für 22.000. Angry Birds Star Wars für das iPad für 36.000. Und zudem auch ein iPod Touch für 1,5 Millionen und dann das neue iPad für 2,5 Millionen. Ja, also ich finde das Prinzip ist ganz schön interessant und ist auch ziemlich einfach. Und ihr bekommt zum Beispiel auch jetzt, wenn ihr die Facebook-Seite von Free App Slots liked, auch nochmal 3 Spins obendrauf. Und ihr habt natürlich viele Möglichkeiten, euch weitere Spins hinzuzugewinnen, dazu zu gewinnen. Und dazu müsst ihr einfach nur hier kostenlose Apps herunterladen und dann bekommt ihr die Spins auch schon. Oder ihr ladet einfach einige Freunde von euch ein. Und ja, dies ist also Free App Slots eine Möglichkeit, wie ihr kostenlos an kostenpflichtige Apps kommt. Das Prinzip ist einfach ohne Jailbreak und um sozusagen eine App zu haben, geht ihr hier auf zum Home-Bildschirm und dann Free App Slots. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mich würden eure Erfahrungen damit interessieren. Und wie immer würde ich mich über ein Abo von euch für mehr Videos freuen, sowie einen Daumen hoch für dieses Video. Besucht außerdem meine Facebook- und Twitter-Page. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.